Und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, wir sind in letzter Folge hier stehen geblieben. Und ja, wie man sieht, allzu viel Munition haben wir auch nicht mehr. Und das sieht echt übel aus. Ein bisschen Energie. Ah, schön und gut. Ich glaube, die können, ja, die nehmen wir jetzt auch mal. So. Und ja, hier ist ein Auflauf gewesen von diesen scheiß Viechern. Und ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt hier, was uns hinter dieser Tür hier erwartet. Ob wir dort alle noch hinkriegen mit der bisschen Munition. Ja, werden wir jetzt gleich sehen. Bin ich mal gespannt. Ah, war klar. Scheiße, zwei von diesen fetten Dingern. Verdammt. Boah, die sind übel. Ich muss mich ganz langsam verdrücken hier. Das Schlimme ist ja, wenn ich langsam laufe, hören die mich nicht. Aber wenn ich einmal schieße, reicht das. Ach, verdammt. Mein Gott, was mache ich jetzt, Leute? Zwei Stück von den Dingern. Komm, den klaffe ich jetzt. Der sieht mich nicht, der sieht mich nicht, der sieht mich nicht. Boah, ich muss weg. Leute. Das Schlimme ist, die sind so... Oh nein. Die kriegen mich doch gleich alle, ey. Das ist doch kacke, ist das doch. Wie soll ich das denn machen? Ja, genau. Ich habe gar keine Munition mehr. Ein bisschen noch, aber das... Ey, Leute. Ich muss einen auf jeden Fall loswerden, ey. Anders geht's nicht. Schnell nochmal Energie nehmen. Weil die können ja gerne mal Köpfe abpacken. Schneller, schneller, schneller. Halt dein Maul. Ich bin voll angespannt. Diese Scheißficher, ey. Die sehen uns nicht. Aber die können uns hören. Und das wird krass. Ja, das war's. Na ja, Glück gehabt, dass der sich da... Oh Mann, Leute. Hilft mir. Hallo. Boah, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich. Wo sind die Viecher? Wo sind die Viecher? Wo sind die Viecher? Da ist doch... Da ist so eine Glocke. Da schieße ich jetzt mal drauf. Und das war's. Das war's. Boah, ey. Alter, das ist krass. Das ist echt wirklich Hammer. Ey, ohne Witz. Boah, übel, 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 übel. Ja, probieren wir doch mal, ey. Übel, übel, ey. Vater, schlacht. Jetzt komm, Headshot. So, weg, 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 weg. Die zwei sind schon mal erledigt. Da ist schon mal... Oh, gut. So. Da ist ja noch einer. Sie hat mich gehört. Ah, Energie. Ah, das bräuchte ich eure. Oh, Mann, Leute. Ich hätte mal vorher nachladen sollen. Scheiße, ey. Schlimm, wie sie hören uns hier alle. Jetzt müssen wir die kleinen Penner loswerden. Wenn ich die kleinen Penner losgewonnen bin. So, einer ist schon mal weg. Ja. Jetzt kann ich mich ganz unruhig die dicken Dinger widmen, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich hoffe. Ich hoffe. Ah, hier läuft es gerade so gut. Ich schaff das nicht mehr. Ich wusste es. Der hat mich doch wohl nicht gehört, ey. Verdammt. Der hat mich gehört. Der hat mich auch gehört. Die hören mich nicht. Die hören mich nicht. Jawohl. Das hat gut geklappt. Jetzt muss ich mal hier die Schrot nehmen, glaube ich. Sicher, sicher. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Nicht. Sehr getroffen. Wo ist er? Nein. Nein. Scheiße. Das ist gut gelaufen, ey. Boah, das ist echt der Hammer, ey. Das ist wirklich der Hammer. Ich könnte gleich um... Ah, Mann, ey. Ich drehe am Schlappen. Hm. Wieder die beiden abknallen. Scheiße, ey. Blöder Penner. Oh, da ist auch einer. Alter, was wollen die von mir? Die sollen sich verpissen. Scheiße, die sind so krass, ey. Ne, ich muss die normale nehmen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, ey. Das ist doch kacke. So, jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, wo der andere geblieben ist. Aber, naja. Das ist doch nicht wahr. Rennen. Leon, rennen. Ja, lass doch auch wieder zwei. Boah, ey, Jungs. Leute. Ich mach das gleich offline. Ja. Nein, das war's. Boah, Junge, Junge, Junge. Das ist doch heftig, heftig, ey. Wie soll ich das denn machen? Dreh dich um. Boah, Leute. Zwei Stück. Glück. Komm. Was ist das denn jetzt? Huch. Hallo? Oh, da muss ich rausschneiden. Keine Ahnung, was das Schwede für eine Scheiße war hier. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Oh, Mann. Du Striche, hau ab. Scheiße, Leute. Ich drehe nach dem Schlappen. So, einen habe ich schon mal hinten erwischt. Das ist gut. Komm, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Komm, da hin. Komm, geht da hin. Hallo? Das geht kaputt, verdammt. Wo ist der? Scheiße, Leute, ey. Der geht auch nicht kaputt, ne? Fuck dich. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Langsam laufen. Wo sind die? Wo sind die? Sind die? Da. Nein. Nein, 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 Boah, Leute! Ehrlich? Boah! Alter, will er mich verarschen, ey? War der direkt neben mir, ey? Krasse Scheiße. Puuh. Boah, der eine muss jetzt erstmal kopieren, ey. Einer geht, ja, aber zwei. Spice sind echt heftig, ey. Leute, Leute, Leute. Tridium, komm. Ja. Nein, 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 nein. Wo seid ihr? Da sind beide. Alter, der lebt immer noch. Können die nicht mal greppieren? Das ist doch nicht wahr, ey. Komm, hau ab. Nein, 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 nein. Bleib zu da oben, der andere. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Scheiße. Das geht doch kaputt, verdammt. Komm, dreh dich um. Jetzt dreh dich doch um. Jetzt aber. Mein Gott. Ja, Leute. Wir haben einen besiegt, wir haben einen besiegt, wir haben einen besiegt, wir haben einen besiegt. Schnell weg, 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 weg. Run, dreh dich um. Scheiße. Weg, 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 weg. Scheiße. Scheiße, Mann. Boah, Leute. Muss der mich so verjagen? Boah, Alter, der geht mir auf den Sack. Boah. Puh, wo ist der? Na komm. Komm, renn. Das ist nicht wahr. Dreh die um, dreh die um, dreh die um. Dreh die um, ja. Na, nicht geradeaus. Nicht geradeaus. Ja, schön. Mann, 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 ey. Das ist ein Nervkitzel-Puh hier. So, jetzt aber. Scheiße. Ja, Leute, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Ja, ha, ha, ha. Ne, ne? Boah, übele Kacke. Hier noch irgendetwas? Hier ist auch kein Schatz mehr, ne? In den Roboter. Oh, da wird er geblinkt. Aber es ist auch kein Schatz. Aber irgendwann liegt da. Oh, ein Spindel. Und andere Seite. Ein Spindel. Noch irgendwo einer? Ne. Schade. Keine Munitionen an. Was erwartet man jetzt hier, ey? Boah, hier kommt schon wieder so ein Gegner oder so und dann stehen wir da. Scheiße. Oh, Ashley. Oh, oh. Oh, dieser kleine Pille, Mann, ne? Oh, dieser kleine Pille, Mann, ne? Nein! Leon! Huh, habe ich heute gedrückt? Ich hoffe. Jawohl. Hm. Wo ist der schade, der Sonne eines Alten? Keine Ahnung, das alte Trick. Na, das ist weh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt kommen diese Riesendinger. Was sind das denn solche, ey? Ja, ich lebe, aber Oh man Oh man, oh man Dieser kleine Piss genommen, ne? Oh man, der hat ja auch Probleme, ey, das ist auch mal zum Psychiater gehen oder so Na, gibt's hier irgendwas Schönes? Oh, ne Corona, geil Ah, Munition, oh da, unser Kumpel Noch irgendwas Schönes? Mal gucken hier, aber noch irgendwie Ranzoomen, nein, da Ein X, der ist ein X, ne, ist aber was anderes, ne? Ja, speichern X, na egal Ja, was hast du für mich? Ja, welcome Oh, das ist ein Schönes Pistole, hab ich alles Stryker? Alter, die sind noch geiler Hm, was meint ihr denn? Soll ich die mal nehmen? Ich glaube, ich nehme die auch Die ist auch kleiner, ne? Ja, ja auch Korrekt Viel mehr Shows am Anfang Egal Ich kaufe die Show Die Dinge Was are you selling? Egal Ja, da musst du leider rein glauben Ja, ich war halt Ich hab dich schon ein bisschen ausgerüstet, aber War getunt Aber was soll ich machen? Stryker Äh, Feuerkraft Kapazität 14 Ah, die Schwinnigkeit Ja, so gut Was? War das denn noch neues? Ja, außer die Stryker, nix Ja, das kaufe ich auf jeden Fall Und gleich Nein, eigentlich Ja, das ist für das andere, ne? Ja So Dann haben wir ja hier alles, ne? Was hab ich denn noch zu verkaufen? Aber was kann ich denn noch tun? Sturmgewehr vielleicht mal Feuerkraft? Ah, ich weiß nicht Oder lieber TMP? Ist das alles? Ich glaub, die TMP ist jetzt Naja, die Kapazität kann noch Sturmgewehr Feuerkraft Kann ich nicht Scheiße Was kann ich denn verkaufen? Ich hab doch bestimmt wieder was Schönes eingesammelt Mal schauen Ja, auch ein bisschen Weiß auch nicht viel Ich lass das erstmal noch Erstmal sammeln Ja, komm ich So, und ich speichere jetzt vor allem mal Sehr schön Oh, Leute Ja, wir sind schon siebeneinhalb Stunden Mehr Sieben Acht Stunden Unterwegs Die Stryker, die kommt jetzt Äh Oh Wo stelle ich die denn hin? Hier unten, ne? Oh, hier stelle ich die hin Du kommst auch hier hin Und du Aber ne, du kannst da hin Und du kommst hier hin So Das ist gut Und die, die gehen mir auf den Sack Warte mal Äh, so So Schön Ne, nur ausrüsten Jetzt bin ich mal gespannt Und jetzt wieder für Gegner kommen Warte, war der Tunnel Oh Hier auch Oh, schade Ja, sehr schön, danke So Kommt wieder ein Haltungspray mehr Oh ne, was ist das? Oh, oh Warte, ist das schon wieder, ey? Ey, können die Ohne Witz immer diese dämlichen Drecksvieche, ey Was sind das immer für welche? Mann, 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 Mann Ein Viech nach dem anderen Boah, was ist denn hier los? Ein Pfeil Gehen wir da mal rein, wa? Oh, oh Alter, was ist das denn für ein schnelles Teil? Ich hau ab Ich will es gar nicht sehen Ich will es gar nicht sehen Alter, was soll ich machen? Haha Ich weiß nicht, was ich machen soll Scheiße Ich hoffe nicht, dass der jetzt Hier reinkommt Bitte nicht Nee Oder? Kommt doch wohl nicht hier rein, ne? Oh, oh Was ist das? Alter, ii Renn weg Boah, der ist ja schnell Bah Wo ist das Viech? Alter, wo ist das Viech? Der Sommer hier Ah, Mann Das ist gar nicht kackfähig Kann man das abschießen? Kann man nicht abschießen, na toll Stell mal hier rein Ah, Alter, was ist das? Kann ich eigentlich nichts machen? Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll Krass Ne, da ist ein Pfeil Aber was soll das? Kann ich hier rein? Ja, kann ich Kann ich hier irgendwas anmachen? Boah, Junge, verpiss dich Komische Viech Ich versteh das nicht Alter, hau ab Oh Sturmjager Oh, oh Nein Was sind jetzt Wer kaputt? Vier Minuten? Vier Minuten Soll ich das Schatzmonster da aushalten? Da war doch gerade irgendwie Äh, da war doch gerade irgendwo Ein A-Zeichen, oder? Na ja Wieso soll ich das jetzt Ziehen? Oh nein Alter, ist das das Viech, was der uns gerade geschickt hat? Boah, krass Hier Stricher Scheiße Muss so gemacht werden, ne? Wo ist der Pimmelviech? Wo ist der? Da ist der Muss weg Ich muss hier raus Ich muss hier raus Und ich kann nicht raus Scheiße Ich hätte mehr drauf schießen müssen Verdammt Jetzt ist der so schnell Boah, verdammt Was mach ich? Hau ab Hau ab Boah, der trifft mich ja gar nicht Wer fuckt dich? Wer fuckt dich? Wer fuckt dich? Wer fuckt dich? Ich glaube, jetzt hat er noch hier im Kreis Aua, scheiße Jetzt hat er mich Oh Mann, ey Der ist ja krank Verpiss dich Verpiss dich Und jetzt geht doch die Tür auf Alter, verpiss dich hier Scheiße Oh, was für ein Fail, ey Mein Gott Ja, jetzt Zweimal Ja, 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 ja Weg hier Weg, 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 weg Weg, weg, weg Weg, 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 weg Hier, Kollege Alle Mann drauf Jawohl Der bringt das ja ne Menge Ist der tot? Natürlich nicht Renn, renn, renn Renn Jetzt geh ich mal hier rein Vielleicht gibt's ja hier Hier gab's auch noch so ein Ding, oder nicht? Aber wo? Da Hä? Der kommt ja nicht rein Oh, scheiße Ich hab's von gefreut Ja, komm Ja, komm Hier Hier, 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 hier Warte mal Ich hab doch die Magnum, ne? Ja, ich hab die Magnum-Musik Schnell, 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 schnell Schnell, schnell Raus, raus, raus Komm, das schaff ich noch Das schaff ich noch Ich muss das halt schaffen Ah, verdammt Mann, der ist so flink, ey Oh, ich hab Oh, ich hab nur noch ein einziges Hagen gespielt Jetzt muss ich's schaffen, ey Schnell hier rein Und wie's aussieht, hab ich hier keinen Na, toll Doch hab ich Schnell, hier Da ist er Wie kann der denn jetzt hier rein, ey Kann mir doch mal einer verkriegern Scheiße, ich, ey Das hat der, das hat nix gemacht Scheiße, ey Mann, Mann Alter Wieso bringt das nix Wie soll ich den denn besiegen Ich hab hier keine mehr Oh, der Aufzug ist da Ich muss weg Der Aufzug ist da, der Aufzug ist da, der Aufzug ist da Ich hab immer keinen Keine Zeit Ich hau wieder ab Wie geht das denn Fick dich Renn, 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 renn Nix da, Kollege Komm, 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 komm Das bopfeift ist da, wer Kurzar Oh, Gott sei Dank habe ich geschafft. Mache ich Ihnen voll ein Päuschen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode von Resident Evil 4. Tschüss.